Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Apfelessig ist so vielseitig, wie du mit Apfelessig deinen Blutdruck reduzieren kannst und gleichzeitig an Gewicht verlieren kannst. Viele Menschen wissen leider noch nicht einmal, dass sie unter einem erhöhten Blutdruck leiden. Aus diesem Grund wird Bluthochdruck oft als stiller Killer bezeichnet. Genau wie Übergewicht. Das ist natürlich offensichtlicher, aber wird oftmals ignoriert. Beides kann zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen. Zum Glück gibt es eine Zutat, die sowohl deinen Blutdruck als auch dein Gewicht reduzieren kann. Und das ist Apfelessig. Verschreibungspflichtige Medikamente, die helfen deinen Blutdruck zu kontrollieren, haben oftmals erhebliche Nebenwirkungen. Mit Apfelessig kannst du deinen Blutdruck auf ganz natürliche Weise reduzieren und kontrollieren. Apfelessig ist bekannt für sein breites Spektrum an gesundheitlichen Vorteilen und seine möglichen Anwendungen im Haushalt. Neben der Reduzierung deines Bluthochdrucks wird dieser Essig auch deinen Stoffwechsel ordentlich ankurbeln und den Gewichtsverlust beschleunigen. Warum wirkt Apfelessig gegen Bluthochdruck? Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes leidet bereits jeder dritte Erwachsene an einem diagnostizierten Bluthochdruck. Und die daraus resultierenden Folgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind tatsächlich die Todesursache Nummer 1. Ein zu hoher Blutdruck kann zu ernsten Gesundheitsproblemen führen, einschließlich Schlaganfall, Arterienverengung, Sehkraftverlust, Nierenschäden, schlechtes Herz-Kreislauf-System, erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt. Unabhängig davon, ob du Medikamente gegen Bluthochdruck nimmst, ist Apfelessig eine alte, natürliche Anwendung, die deinen Blutdruck signifikant verbessern wird. Er enthält Essigsäure, die den erhöhten Blutdruck durch Senkung der Renin-Produktion entlastet und somit auch senkt. Renin ist ein Plasma-Enzym, das für die Regulierung von Durst und auch den Urinausstoß in deinem Körper entscheidend ist. Kombinierst du Apfelessig nun noch mit Honig, was ihn auch wesentlich schmackhafter macht, wird diese Kombination dir helfen, auch an Gewicht zu verlieren, womit natürlich auch dein Blutdruck entlastet wird. Hierfür benötigst du 1 Esslöffel Apfelessig, 1 Esslöffel Honig, am besten Bio, 1 Glas Wasser. Zubereitung Den Essig ins Wasser geben und den Honig gut unterrühren. Dann nur noch trinken, am besten zweimal täglich. Einmal morgens auf nüchternen Magen und einmal abends vor dem Schlafen gehen. Besonders wenn du dich sehr salzreich ernährst, ist dieses Getränk auch ideal, um einen zu hohen Blutdruck gar nicht erst entstehen zu lassen. Dies liegt daran, dass Apfelessig und Honig reich an Kalium sind. Das hilft den Natriumspiegel im Körper zu regulieren und somit den Bluthochdruck zu reduzieren. Außerdem kannst du deinen Blutdruck durch eine Gewichtsabnahme, sofern du übergewichtig bist, unterstützen. Dank der organischen Säure wird Apfelessig deinen Stoffwechsel verbessern und beschleunigen, was dir automatisch helfen wird, ein paar Pfunde zu verlieren. In Kombination mit einer gesunden Ernährung und ausreichend Bewegung tust du dir und deinem Körper etwas wirklich Gutes. Bitte bleib gesund! Danke fürs Zusehen! Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020